Hallo meine lieben Freunde, es gibt mal wieder was zu gewinnen und zwar, wie ihr unschwer erkennen könnt, an der Überschrift gibt es The Last of Us Part 2 zu gewinnen und zwar 10 Exemplare, das heißt 10 Leute können dieses Spiel gewinnen für die PS4, hierbei handelt es sich um eine Retail Version, das ist kein Download Code, das ist eine Retail Fassung. Und was ihr dazu tun müsst, ist mir eine E-Mail zu schreiben an info at gamerscheck.de, hier unten seht ihr das auch nochmal eingeblendet und mir eine Frage beantworten und zwar lautet die, wie heißt Ellys Mutter? Dazu gibt es auch einen Beitrag auf dem Blog, da ist es noch einfacher, da ist direkt ein Kontaktformular, das braucht ihr nur ausfüllen und fertig. Der Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung und der Einsendeschluss ist der 19. September 2020 um 23.59 Uhr und ihr solltet mindestens 18 Jahre alt sein, sonst funktioniert das Ganze nicht, weil das Spiel ab 18 erst freigegeben ist. Gut, wie gesagt, 19. September ist der Einsendeschluss und gib gerne einen Daumen nach oben, gerne auch ein Abo, wenn du möchtest und in diesem Sinne bin ich raus, bis zum nächsten Mal, ciao.